So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge. Den können wir gar nicht benutzen, okay. So, wir sind immer noch dabei hier das Quest fertig zu machen. Damit wir dann jetzt auch hoffentlich gleich Level 15 sind und die neuen Sachen benutzen können. Was halt ganz schön wäre. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Schredder, Gedönse brauchen wir nicht. So, da haben wir noch einen. Ja, wir sind ja auch schon fast jetzt, also wir sind jetzt schon zur Hälfte durch. Nur mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Handtas mal drauf. Langsam machen, hat natürlich nicht funktioniert, aber wenigstens das Gift, naja gut. Jawollig. Rückzug. Behそうだ. Einsetzt. Dann nehmen wir erstmal hier das mit. Ding ins Kirchen. So, jetzt. Ah ne, war der Falsche. Da wollte ich hin. Zack. Zack. Brauche ich vom Prinzip gar nicht gucken, ob die besser sind, wie die Sachen, die wir anhaben. Die sind halt locker besser. So, und ich habe vier von fünf Settel. Nice. Waffenkunde, Agana, Widerstand, jetzt in Rüstung. Jetzt brauchen wir noch das fünfte Teil. Das wäre halt auch cool, aber... Ob wir das jetzt noch kriegen, weiß ich nicht. Ich weiß ja nun mal auch nicht, wo er die Klamotten her hat. Ich hab keine Ahnung. Wow. Ernsthaft? Für 22 Plätze? Die ja mal 16. Müssen wir bei Zeiten mal gucken, ob wir irgendwas finden, was mehr Plätze hat. Beziehungsweise muss man sich das ja auch leisten. Es gibt garantiert was mehr Plätze hat, aber... Muss man sich halt auch leisten können, ne? Und ich sag mal so, dadurch, dass wir jetzt halt schon die 16-Platztaschen hier haben, ähm... sind wir ja erstmal gar nicht so schlecht ausgerüstet. 16-Platztaschen sind natürlich schon nicht verkehrt, ne? Vier Stück sollten wir da wohl noch schaffen. Zapp, zapp, zapp. So, noch drei. Wie weit haben die denn Akku, Alter? Das ist ja völlig pervers, Mann. So. Oh, der lohnt sich nicht. Da hab ich mir sagen lassen, das ist Nummer 19. Hier aus unserem Gruselkabinett. Zapp, zapp. Nehmen wir auch erstmal mit. Erstmal langsam machen, dann giften. So. Und da haben wir den Quark schon fertig. Okay, das sind normale. Kirschnall auf 17. Okay, dann soll ich mal gucken, ob ich das Vieh vielleicht auch schon Kirschnall kann. Aber ich denke mal nicht. 100! Ich bin froh, wenn ich 20 habe. Ich würde sagen, da setze ich mich irgendwann mal dran. Hey, die kleinen Einserviecher können wir ja noch mitnehmen. Aber ich würde sagen, das wird wohl erstmal nichts. Das Quest komplett durchzugurken. Waldmotte? Will ich auch haben. Ich glaube, das ist so ein Kampf, den könnten wir ernsthaft verlieren. Der hat auch Minus, Minus. Der nicht, okay. Dann wechseln wir mal auf den, weil der ist der Einzige, der jetzt gerade hier kein Minus hat. Und dann kriegt er auch... Meine Fresse. Letztens noch die Dinger und nochmal das Gift rein. Damit ist er jetzt bestens ausgerüstet. Zumindest noch für zwei Runden den Schaden von der Bombe hier. Ja, aber ja klar, dass es wieder failed. Oh, da kommt die Bombe, okay. Jawohl! Haben wir das Viech. So, und jetzt können wir eigentlich... Wir werden jetzt eh wahrscheinlich alle sterben. Ja, wow. Wir werden es halt trotzdem nicht getötet kriegen. Jetzt kommt er halt hier mit zwei HP und ist halt direkt down. Warum hat er sich jetzt wiederbelebt? Check ich jetzt gerade nicht, aber nicht schlimm. Ich würde mich jetzt halt gerne heilen können. Das wäre nice. Den Kampf werden wir so verlieren, glaube ich. Ich habe das Gefühl. Und den jetzt auch wieder anzünden in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch zwei, drei Runden überleben. Wow, jetzt ist der halt auch down. Jetzt haben wir nur noch ihn hier und er wird es halt auch nicht schaffen. Weil er dafür viel zu wenig HP hat. Oh, fuck it. Ich versuch's trotzdem noch mal. Ich will auf jeden Fall die blaue haben. So, schon mal einer weniger. So, die will ich haben. Die sollte, wenn's geht, nicht verwecken. Ja, und wieder blocken. Ja, war ja klar. Jetzt würden wir so wenig... Oh, der war natürlich nice. Und jetzt Daumen drücken, dass wir es schaffen. Bitte, ich will die blaue haben, ey. Ich will auf jeden Fall die blaue haben, ey. Come on! Ma, dreimal gefailt. Ma, ich will nicht, dass die verreckt, Alter. Oder, dass wir jetzt wieder alle draufgehen. Jawohl! Jetzt muss ich ja nur noch das Viech hier platt machen. Dann sollte ich ja zu dritt schaffen. Dadurch, dass der sich halt wieder eingemottet hat, blockt der ja dann wieder. so, jawohl! Jawohl! Na, mal den nächsten, den blö. Also, das... Das gefällt mir. Das find ich cool. Oh, ein Eichhörnchen. Okay. Ja, Problem ist, meine Viecher sind jetzt halt quasi down. der Bord, der Ding... Ratte 4 wäre aber halt voll. Die wäre auch voll. und die Motte auch. Achso, die Schnecke habe ich ja schon. Aber die Motte könnten wir da mal noch eben mit reinpacken. Ignorieren. Was haben wir da? Waldmutter. Easy. So, einmal anzünden. Hier will ich natürlich dann jetzt das Grüne. Ist ja wohl klar. Wenn's möglich ist. Oh, sehr schön. Und jetzt hoffen, dass es zügig geht mit dem Einfangen. Ist zwar der jetzt nur ein Grüner, aber... Egal. Grün ist immer noch besser wie gar nix. 48, 94. Okay. Ich will auf jeden Fall das haben. Was? Oh, okay. Glück gehabt, wenn es uns irgendwas. Ähm. Benutzen wir mal hier Schneckchen. 66. So muss das sein. Tauchen wir mal einmal ab. Schön. Das sollten wir aber definitiv schaffen. Sehr gut. Jetzt haben wir noch ein Eichelhörnchen. Ja, das ist nur unser Main Moped down. Das ist natürlich Chardé. Und bis wir wiederbeleben können, dauert noch drei Minuten, ey. ein bisschen schießt. Warum ist der hier als Totenkopf markiert? Ich check's halt nicht. Fünf, Stufe fünf. Ich hab nicht ewig Zeit. Die dunkle Fürstin schütze euch. Wow, nice. Ja, dann. Ich hab nicht ewig Zeit. So rum. Alter. Du triffst aber ganz schön oft, ey. Zumindest mal einmal anzünden. Anzünden ist schon mal... Muss schon mal sein, ey. Kann man hier schnell Schnecki rausholen. Okay. Der ist schon mal besser, das. Nice. 90. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und den verfehlt er halt, ey. Ja, aber giften kann ich dich halt... Oh, 93. Oh, bitte überleb, bitte überleb, bitte, 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 bitte. Und jetzt geht er down. Ja, hör auf zu eulen. 48. Okay, nice. Und der hat halt noch den einen gekippt. Oder war der schon down? Hey, 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 hey. Was ist denn das für ein Scheiß? Okay. Zwei. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so scheiße, ey. Halt immer mindestens noch mal ein bisschen mit auf die anderen Viecher drauf, ey. Boah, er ist halt echt unfair, dass er sich permanent hier heilen kann, ne? Müssen wir auf jeden Fall dann jetzt jede Runde 27 Schaden machen. Wow, hat sich ja diese Runde richtig gelohnt. Okay, diesmal sind wir drüber. Alles gut. Nix. 13. Oh, jetzt ist der eine schon mal wieder tot. Das ist schon mal cool. Und der kann sich jetzt halt gerade nicht heilen, aber auch keinen Schaden machen. Warum verfehlt's nur? Hier die ganze Zeit den Quark, Mann. Ein bisschen noch mal tauschen, ey. Muss ich anzünden. Damit er hier halt wenigstens jede Runde ein bisschen Damage kriegt. Oh, überlebt, überlebt, überlebt. Ja, wow, das macht ihm ja richtig Schaden. Aber egal, ich tausche trotzdem noch mal eben auf die Motte. In der Hoffnung, dass ich das schaffe. Schön, 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 schön. Ja, jetzt ist leider schon wieder Feuerende und die Heilung ist halt auch echt... Die Heilung ist halt echt affig, Mann. Oh, wir haben den Kampf, wo wir gewonnen haben, aber es ist halt noch nicht... Oh, so. So, einmal alle heilen. Ich hab nicht ewig Zeit. Die dunkle Fürstin schütze euch. Bitte. Aquarisch. Auf selten... Ach hier, wir haben ja den Geparden, stimmt. Kleintier. Egal. Erstmal unwichtig. Ignorieren. So. Dann heißt's einmal zurück in die Richtung. Oh, schön haben wir alles, ey. Das freut mich jetzt gerade richtig, dass wir es endlich geschafft haben. Ja. Noch ein paar mehr Klamotten an. Ach ja, die Dinger hatte ich ja schon verstärkt, okay. Und die hier kann man ja zumindest nochmal eben fix Kursch non. So, jetzt sind wir auf 20 damit... Boah, alter, 80 ernsthaft. Ich will jetzt hier nach vorne schaffen. Ich weiß zwar jetzt schon, dass das eh wieder Nikis wird. Aber... Man kann's definitiv mal versuchen, ne. Diesmal schaffen wollen. Woll. Wow, Stufe 105, danke. Ach, das ist halt falsche. Mit 22 und 17. 22, sechs Willenskraft. Da ist mir sechs Ausdauer definitiv lieber. Und das sind so Sachen, die lege ich alle Hände dingens. Leder Ausdauer. Oh. Ist halt auch direkt mal wieder besser. Nice. Kette auch dahin, dass wir das anhatten. Ignorieren. Er da oben hat halt Quest, glaube ich. Genau. Wunderbar. Hallo. Seid vorsichtig, Mann. Begleiter. Ruf. Inner Guild. Wow, vier. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Die sonst keinerlei Quest, ne. Scheint nicht so. Da muss ich wohl erstmal noch ein bisschen was tun. Hm. Dann fliegen wir hier mal einmal nach hier. Sag mal nicht, ihr habt hier auch keine Quests für mich. Aber wir machen jetzt gleich auf jeden Fall noch einmal einen Kampf. Haut da mal rein. Ciao, ciao.